Nehmt eure Schnitzel in die Hand und willkommen zu einer Runde Masterbillows auf dem Mimeplex Server. So, jetzt sind wir direkt in der Runde und was ist unser Thema? Jetzt haben wir es gleich. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir so eine schöne, große, rote Blume bauen, aber für eine Blume brauchen wir als erstes mal als Untergrundgras. Ja, also Leute, um jetzt dazu zu kommen, was ist das Thema von diesem Video? Also, ganz einfach, ihr habt ja sicher bemerkt, dass jetzt, ich glaube, ja zwei Tage waren es, da kam nichts auf meinem Kanal. Und das hat aber auch einen Grund. Uh, es gibt da einen Grund. Ähm, ja, es war so, ich habe einen neuen Schreibtisch jetzt. Da habe ich jetzt viel mehr Platz, Leute, müsst ihr wissen, bei dem alten war es schon ein ziemlicher Zustand. Ähm, und da habe ich das gleich genützt, weil ich längere Zeit mein Zimmer nicht mehr aufgeräumt hatte. Und jetzt gibt es die Ordnung in meinem Zimmer. Ja, sieht das wie eine Blume aus. Ja, einigermaßen. Ähm, ja, und einfach, ich habe mir gedacht, dadurch, dass jetzt zwei Tage lang nichts kam, kommt heute diese Master Builders Folge. Und noch eine Folge Cities Skylines obendrauf. Einfach noch dazu. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr jetzt auch eine Freude damit habt, dass ihr einmal eine Folge mehr habt. Ja, ein Video mehr insgesamt. Und, ja, an sich spiele ich ja Minecraft nicht mehr so als absolutes Lieblingsspiel. Ich meine, es ist schon ein geiles Spiel. Aber ich habe neue Favoriten gefunden. Ah, Favoriten. Ähm, ja. Aber ab und zu ist es eh noch ein nettes Spiel. Man kann sich darin so gut betätigen zum Thema Bauern. Ähm, muss ich nachschauen, seit wie langer Zeit war das jetzt wieder ein Minecraft-Video. Ah, das letzte war das, wo ich über das Thema geredet habe, ob Minecraft schlecht ist. Ich mir die verschiedenen Ansichten angeschaut habe und so. Ähm, jetzt noch weiß. Das geht aber nur mit Wolle. Boah, drei. Ja. Okay. Dann mache ich hier wieder eine Blume. Ich brauche immer Sekunde Minute. Hm. Aber es sieht halt einfach cool aus. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen, dass heute speziell für euch meine Zuseher ein Video mehr kommt. Und in nächster Zeit versuche ich auch, das alles etwas aktiver zu bringen. Ich habe zwar eh schon vorproduziert. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht hochgeladen. Falls ihr halt noch Ideen habt, was kommen könnte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das war ja Flowers-Gefrag. Das war ja Flowers-Gefrag. Das war ja nicht so ein, was ich jetzt so ganz dringend spielen musste, von den neuen Titeln. Ihr könnt mir gerne etwas schreiben. Das habe ich ja schon gesagt. Falls euch etwas einfällt. Aber, ja. Das wäre es jetzt glaube ich auch langsam so circa gewesen. Was ich in diesem Video euch mitteilen wollte, nur noch ganz wichtig. Jetzt kommt gleich noch die Benoto und die wird echt geil. Ähm, ja, haben wir gebaut und über ein Thema geredet. Die Zeit ist vorbei, jetzt. Ja. It's okay. Ist in Ordnung, was wir da gebaut haben und Zeug. Oh, das ist ja echt geil. Hm, gut oder amazing. Wirkt mal eine amazing einfach. Weil sie einfach wirklich schön gebaut. Ah, das ist in Ordnung. Oh, wir hätten eine Biene machen können. Ich bin eine Biene. Auf dem Niveau. Das hätten wir natürlich machen können, aber... Ja. Oh, das ist schön ausgefällt. Wirklich sehr gut. Ist auch amazing. Ja. 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 Das sieht aus wie ein Enderman. So vom Gesicht. Ja. Wenn es nur schwarz wäre, dann könnte ein Auge von so einem Enderman sein. Aber ich weiß es nicht so genau. Was ist das denn? Oh, das ist gut. Das Blümchen. Aber es ist nicht amazing. Weil es war flowers gefragt. Also die Mehrzahl. Also das ist nicht in Ordnung, wenn man nicht die Angabe erfüllt. Ja, das ist okay. Ja. Oh, der Shader sieht wieder mal echt geil aus. Ah, Leute. Das kennen wir schon. Das ist... Wow. Everything is awesome. Natürlich. Weißt du. Man muss immer sein eigenes Kunstwerk so extrem hoch holen. Ah, das ist auch erfüllt. Das ist... Ah, oder ist es gut? Hm, ich gebe mir einfach jetzt okay. Gut. Ich denke mal, dass diese großen Blumen... Ja, das habe ich mir gedacht, dass die gewonnen. Wir sind auf Platz 5. Das war eine geile Runde. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich konnte euch informieren, warum jetzt keine Videos waren. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst so einen Daumen nach oben da, teilt dieses Video. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt?